. Ey, immer nur Gold, 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 Gold. Ja, du kriegst ja schon Wasser. Ich hab mich schon im Kreis gedreht. Gut möglich, ja. Bin ja schon wieder am Absuchen. Ah, ich find die schon noch. Ja, Diamanten, also geht doch. Hier haben wir was Wunderschönes zum Scannen, nämlich einen Höhlenbusch. Aber ich bin das immer gerade nur auf Teile fixiert. Und hier, äh, äh, dich will ich, äh, mindestens zweimal haben. Reicht gar nicht. Oder doch, zweimal reicht. Erstmal für den Anfang reicht das. Mochi, da bist du. Muss nur eine, eine Höhle tiefer wahrscheinlich tauchen. Glaub ich weiß gar nicht mehr, wo ich bin gerade. Glaub ich weiß gar nicht mehr, wo ich bin gerade. Hm. Da ist sie doch, ich Idiot. Stehe direkt davor. Ja, auf wie viel Meter bist du denn runter? Die, wo ist die Base denn? Undockstationen, Fragment, jawoll. Zacki. Wo ist denn die Base? Ich bin da voll dran vorbeigetüdelt gerade. PDA aufnehmen. Undockstationen, Fragment. Jawoll. So, da haben wir schon mal die Andockstation. Sauerstoff holen. Ich hasse diese, oh, wie ich sie hasse. Ich glaube, ich bin an der Base voll dran vorbeigetüdelt. Aber ich bin einfach zu blöd und finde die nicht. Ja, die ist schlecht zu sehen, weil sie ziemlich dunkel ist. Ja, ich habe schon Licht an bei mir. Lass mich doch vorbei. Andockstation, Andockstation. Da, Wasserfilterungsmaschine. Muss ja unter irgendwelchen Dings unter sein. Aaaaaaah. Boah. Wow. Wow, 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 wow. Jetzt erst mal Gesundheit aufladen lassen. Brrrr. Bin ich ja schon zu tief eigentlich. Ja. Bin 62 Meter tief. Ja, da bin ich jetzt auch. Alter, ich bin so blöd, ey. Ich finde die nicht, ey. Doch, die ist ziemlich dunkel. Ich bin auch bei der anderen. Ja, ich habe ja so ein Licht. Bin auch bei der anderen hier vorbeifahren. Ich darf mir auch schon nicht. Aber ich habe halt nicht aufgepasst, wo du lang gefahren bist, wirklich. Ja, die ist nicht weit weg von dem Höhleneingang. Das sind wir hier in Ruhe schlagen. So eine extra. In so einer extra Höhle ist sie nicht, ne? Ne, 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 ne. Der andere auch am Stream. Ne. 200. Ja, aber die muss ja rechts rum sein gleich vom Höhleneingang. Weil links rum habe ich jetzt alles abgesucht. Ey. Oooo. Ohhhh. Ohhhh. Wenn, zurück auf eins, sag ich ihm die Position. das wäre cool das wäre mal cool gerade ist das jetzt die kamera wird positioniert die player wird player wird der player wird kannst du nichts ablesen das ist doch 0 0 0 oder kameraworld kameraworld 96 warte mal ich mach mal kurz bild bild groß bei dir dann kann ich mir abschreiben 96 dann kann ich mir das abschreiben 96,3 minus 257 3 ist die kamera wird ja minus 372,9 das ist minus 257,3 minus 257,3 das ist die tiefe ja das ist die tiefe ach du scheiße du bist da ganz hinten ach du kacke ach du kacke da bin ich ja total falsch der hätte ich ja noch ewig suchen können ja ist klar aufzuleggen ja jetzt ah danke ah hab's hab sie dankeschön f1 ausmachen licht ausmachen aussteigen scanner undock station undock station andock station undock station wo kommst du denn her scrappenschlange hau ab paco mitha wo kommst du denn herr rappenschlange hau ab das gibt's ja wohl nicht nicht am video das weiß ich da müssen wir noch hin das interessante michael sonst ist hier nicht weiter ohne ende titan halt natürlich weil jetzt sich mal die andere andrucksstation ist schnell in die motto rein wo war denn hier der eingang ach der ist hier aber da muss auch nicht der tag wenn da nicht rankommen ja du wirst vergiftet kannst du es aber überleben gerade ob ich hier noch irgendwo war es nur diese eine eingang ja ja nur der eine ich hätte die schufkanon einstecken sollen ich idiot ich habe noch 35 prozent live abspeichern bevor ich da reingehe du wirst du alles haben hier ja ja alles wasserfiltermaschine schöne sache ich bin ja schon unten am boden lang wasserfiltermaschine haben wir andrucksstationen haben wir und tschüss ich muss aufpassen hier an doch da ist noch ein pda das ist noch mal zwei meinst du ich weiß noch die taste wie ich direkt nach unten tauche welche taste war denn das hoch war die leertaste was war runter erst mal luft holen matze schlaff schön nach matze nach matze so noch mal speichern und wieder rein da ist ach da ist der dritte nein ich hab's gewusst ich hab's gewusst hast du gespeichert ja sicherlich ich hab wo ich wieder draußen war habe ich abgespeichert zurück zurück zum hauptmenü noch einer hier ja woher integrierte neue bta data inventar voll ok bitte ich hab doch hier ja auch quelle du dummes ding ey naja inventar für mich auch voll so ich kann jetzt oh andockstation wasserfilter oh schöne sache so eh noch mal raus ach man ich muss hier erstmal raus ich muss hier noch ich muss da unten nochmal rein wahrscheinlich es klappt mit meinem life was ich habe nicht vorausgesetzt ich finde hier raus sonst hab ich ein riesen Problem das ist ja ja ich hab auch so ein problemchen ja direkt über der vase direkt über der vase was hier hast du gesagt vier stück waren das ne ach man ey fuck ding ey 30 prozent leben kommt man da nicht durch fehlt nur noch ein pda ach scheißegal direkt über der bay direkt über der ok ich muss hier